Die Schiff sind in Nürnberg und der Schiff sind in der Abenteuerung. Die Zukunft wird in Nürnberg. Die Stadt ist in Nürnberg. Sie sind in Nürnberg. dann gehe ich da vorne gleich runter ist zwar noch taghell aber wie ich sagte schiff hier schifft es genauso extrem guck mal an hier ist ein wenn ich es hin krieg ja komm baby darf mich nicht im stich das könnte ja sein ich habe hier was gesehen das machen wir einfach so Was ist das? Irgendwo war hier einer? Hä? Bin ich jetzt ganz bekloppt? Bin ich jetzt mal genauer. Vielleicht Denton wird Acts 7. ohne ist noch sicher ich schwöre dass hier gerade einer war ja 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 Das war's für heute. Baut mal her, was er hatte. Weil die habe ich ja schon. Aber den hier kann ich gut gebrauchen. Ich wollte noch Verbände. So, definitiv. Der war definitiv Burner. Ich bin gerade am überlegen. Wisst ihr, was ich mache? Das heißt, die Zone kommt, ne? Ich halte mal das als Orientierungspunkt fest. Komm, 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 komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm. Komm, komm. Komm, komm. schnell erst mal nach unten um abzuchecken bei munition hier 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 Das war's. Das war's. Was hast du da eingepackt, Alter? Hä? Okay. Okay. Aber zwei Kills auf jeden Fall. So. Sehr gefälligte Unterhaltung. Ja, zwei Kills. Äh. War schon heftig. Definitiv. So. Noch zwei Stück, dann haben wir Level 15. Dann gibt's einen neuen Gleiter. So. Aber mal. Ich zeige euch gleich mal ein ganz kurzes Foto. So. 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 Was ist denn das eigentlich? was war das jetzt für eine aktion macht doch ein tanz klatscht in die hände okay die zone ist relativ gut für mich ja das läuft gerade zwei kills jetzt ein kill ist zwar nicht immer okay hinten ist einer hochgegangen also war einer hier entweder war oder ist noch waffen kann ich momentan eh gebrauchen und so ja okay aber langsam läuft das wieder ja wenn euch das video gefallen hat abonnieren liken kommentieren folgt mir doch auf twitter instagram und facebook und sei beim nächsten video dabei bye 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 bye